Tag 666. Heute gibt es eine Menge Neuigkeiten aus der Region Cherson. Angesichts der zunehmenden Gefechte an der Ostfront spielen die ukrainischen Operationen in der Region Cherson eine immer wichtigere Rolle. Tatsächlich hat der letzte Monat bewiesen, dass die ukrainischen Operationen am Ostufer des Flusses von strategischer Bedeutung sind, weil die Russen gezwungen sind, ihre Reserven in diese Region zu verlegen, anstatt sie für ihre Offensivkampagne zu verwenden. Die strategische Bedeutung wurde vor etwa zwei Wochen deutlich, als die Russen plötzlich die Intensität der Bodenoperationen hier um das 20-fache erhöhten und einen mechanisierten Angriff nach dem anderen durchführten. Letztes Mal haben wir Kampfaufnahmen gezeigt, bei denen die Ukrainer an einem Tag mehr als 20 schwere Fahrzeuge zerstörten, was zu diesem Zeitpunkt 10% aller Verluste an schwerem Gerät in allen vorangegangenen Tagen ausmachte. Die Steigerung der Intensität war also plötzlich und enorm. Einige Analysten kamen zu dem Schluss, dass die ukrainischen Operationen und die Gefahr einer möglichen Ausweitung die russische Offensivkampagne beeinträchtigen, weshalb die Russen beschlossen, dieses Problem ein für alle Mal zu lösen. Auf den ersten Blick scheint es überraschend, dass es den russischen Schreibkräften nicht gelungen ist, die Ukrainer in den Fluss zurückzudrängen. Ein Blick auf die topografische Karte zeigt jedoch, dass das ukrainische Ufer des Flusses deutlich höher liegt als das russische Ufer. Der durchschnittliche Höhenunterschied beträgt etwa 50 Meter. Diese starke Position ermöglicht es den Ukrainern, das weite Gelände vor ihnen zu kontrollieren und den Marinesoldaten dabei zu helfen, den Brückenkopf zu halten. Tatsächlich berichten russische Soldaten, dass sie sehr oft von ukrainischen Panzern vom anderen Ufer aus beschossen werden, wenn sie versuchen, Krinki anzugreifen. Die Topografie der Region ist also der Schlüssel für den Erfolg der ukrainischen Operationen. Wenn wir heraussummen, wird auch klar, warum die Ukrainer nicht die gleichen Operationen flussaufwärts durchgeführt haben. Das Ostufer ist hier zu hoch, was den Ukrainern keinen taktischen Vorteil verschafft. Die Hügel ermöglichen es den Ukrainern also, die Region weitgehend zu kontrollieren. Die Unfähigkeit der russischen Streitkräfte, das Ostufer des Flusses zu halten, hat ausnahmslos alle russischen Militäranalysten beunruhigt. Und die für diese Region zuständigen russischen Kommandeure mussten immer wieder harsche Kritik einstecken. Auf seinem jährlichen Forum versuchte Wladimir Putin, die dramatische Lage herunterzuspielen, indem er sagte, dass er persönlich dem Oberkommando befohlen habe, diese Falle auszulegen und den Ukrainern hier die Flussüberquerung zu ermöglichen. Er fügte hinzu, dies sei ein großer Erfolg, da die Ukrainer Dutzende von Soldaten verloren hätten, während die Russen nur einige Verwundete zu beklagen hätten. Ein so realitätsfremder Kommentar diskreditiert alles, was er zuvor gesagt hat. Denn selbst nach dem öffentlich zugänglichen Filmmaterial zu urteilen, belaufen sich die belegten russischen Verluste an schwerem Gerät bereits auf etwa 150 Stück, während die Verluste an Männern in die Tausende gehen. Übrigens sind 150 schwere Fahrzeuge fast so viel, wie die Russen in Avdivka verloren haben, was bestätigt, dass die ukrainischen Aktivitäten die russischen Offensiven enorm schwächen. Zwei Tage nach Putins Rede veröffentlichte die New York Times einen Artikel, in dem sie die Überquerung des Dnipro als Selbstmordaktion bezeichnete und das Urteilsvermögen der ukrainischen Führung infrage stellte. Ukrainische Kämpfer, die derzeit in Cherson im Einsatz sind, reagierten rasch auf diesen Artikel. Der Kommandeur der tödlichsten Drohneneinheit, Madja, der eng mit den Marineinfanteristen zusammenarbeitet, erklärte, dass die unaufrichtigen Journalisten die psychisch labilen Soldaten manipulierten, damit sie sich öffneten und ihre Aussagen dann falsch darstellten, indem sie nur ganz bestimmte Zitate herausgriffen, um ein Bild zu zeichnen, das sie schon vor den Interviews im Kopf hatten. Er sagte, er sei auch von ihnen angesprochen worden, habe aber ein Interview abgelehnt, weil er ihnen nicht vertraut habe. In den letzten zehn Tagen hat Madja auch viele Kampfaufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie sie eine russische Angriffseinheit nach der anderen vernichtet haben. Die meisten Angriffseinheiten bestanden aus zwei Fahrzeugen, entweder zwei Panzer, zwei gepanzerte Fahrzeuge oder eine Kombination aus beiden. Manchmal setzten die Russen auch gepanzerte Autos ein, aber nicht oft. Der wertvollste Treffer der letzten Tage war ein weiteres thermobarisches Artilleriesystem TOS-1. Die ukrainischen Kämpfer der 35. Marinebrigade verfügen ebenfalls über eine Drohneneinheit, die besonders eng mit den Marineinfanteristen zusammenarbeitet. Deren Videos zeigen, wie sie mehrere Panzer und gepanzerte Kampffahrzeuge zerstören. Die Marineinfanteristen der 36., 37. und 38. Brigade sind ebenfalls in der Region aktiv und zeigten mehrere Videos von der Zerstörung von zwei Panzern und zwei gepanzerten Kampffahrzeugen. Andere Abteilungen konzentrieren sich mehr auf den russischen Rückraum und Artillerie-Duelle und zerstörten mehrere russische Graz, Uragans, Gertzins, D-20-Kaupitzen sowie Munitionsdepots, Menschenansammlungen und andere Ausrüstung. Insgesamt sind die Kämpfe in Kringki extrem hart und die russischen Angriffe sind hier genauso intensiv wie in anderen Brandpunkten. Dennoch gelingt es den Ukrainern, die Höhenlage zu nutzen, um den Marineinfanteristen, die in Kringki operieren, die notwendige Feuerunterstützung zu geben. Der Anstieg der Intensität bedeutet, dass sich die Russen mit dem ukrainischen Brückenkopf nicht wohlfühlen und versuchen, ihn mit allen Mitteln zu beseitigen. Wie ihr jedoch aus den Kampfaufnahmen sehen konntet, führte dies bisher nur zu hohen Verlusten und kam den Ukrainern zugute. Die Tatsache, dass die Russen dieses Gebiet ständig verstärken und ihre Kräfte zusammenziehen müssen, bedeutet, dass sie diese nicht für die Offensiven im Osten einsetzen können, was den Druck auf die ukrainische Verteidigung dort verringert und die russischen Pläne durchkreuzt. Wenn ihr gegen die Invasion der Ukraine seid und unsere Arbeit unterstützen wollt, solltet ihr einen Blick in den Online-Shop UA Supporter werfen. Zu Weihnachten haben wir extra unsere beliebtesten Artikel um 20-30% reduziert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.